Mein Mann, mein Mann, das ist mir Jonathan Edwards und Boris Zahn. Gesada Jota, 16, 19, 19. Wah! Hoho! YAHOO! Und mit dem, willkommen zu dem nächsten Episode von Get Good! MÜV, 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 MÜV Mario! Kurz Storytime, ich hab tatsächlich schon mal ein Get Good heute aufgenommen, aber... Hat mir nicht gefallen. So, was ich noch vorhin sagen wollte, bevor das Spiel startet. Ähm, heute war mein Ziel nicht zu tilten. Ähm, das erste Spiel... Und nicht zu beleidigen, vor allem, weil... Ohne Witz, ich hab halt... Ich musste gestern so viel aus dem Donkey Kong Video erscheinen. Vorgestern. Und gestern. Ich hab ziemlich lange an dem Video geschnitten. Ich werd ein bisschen... Unbeleidigten da rangehen. Oder... Ach, keine Ahnung, ich werd eh machen, was ich will, ist mir egal. Ah, damit hat er jetzt gerechnet, fuck. Nice. Nice. Mehr jetzt, das kann ich jetzt nicht sagen. Komm her, du bist tot. Hihi! Komm her, mach mal... Den Sack zu! Bam, Alter! Ah! Jetzt bist du tot. Yes! Mein Gott, Alter! War das nice! Holy shit! Yes! Oh mein Gott! Huh! War das ein nice Spiel! Warum? Was ist heute mit den Ditos los? Ich hab vorhin auch... Also ich hab vorhin Gendorf gespielt und zwei Ditos... Und dann auch noch so eine Stage, Digga! Okay, und damit dann jetzt mal kurz zu dem Preferred Rules Battlefield Stages... ... ... ... ... Das hat gar keinen Spaß gemacht, das ist echt krass, also wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben, also in der Zeit, in der ich Smash spiele, so wenig Spaß gehabt. Vielleicht heute, als ich mit Ganondorf gespielt habe? Ja, es gab schon ein paar coole Szenen vor, ich hatte meinen ersten 0% RUN, das war schon ganz lustig eigentlich. Excuse me, what the fuck? Was ist gerade passiert? Nein, oh, 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 oh loll. Ich habe es gerade geschafft, dass meine Tonspruch so aussieht wie ein Penis, da gab es ein PewDiePie-Video dazu. Ich wusste, ich hatte das Talent. Gennendorf. Tatsächlich meine Lieblingsmatch-up in Smash 4 gewesen. Diese Legs! Ich weiß nicht, ich stehe, oder? Ich habe das Kommen weggeboxt. Yes! Alter, das war ein nicer Stock. Das war natürlich ein nicer Stock. Das kann interessant werden. Ich hatte keinen Jump mehr. Danke, Mann. Ehrenmann des Tages. Okay. Los. Wir haben alle meine Lieblingsmatch-ups. Ich werde das Spiel jetzt rocken. Ah. Yes, Alter. Das ist das. So lange, Bowser. Das war dieрать. Oh go. Okay. Hey. Okay. Das war's für heute.